Von diesem jungen Mann hier können wir alle eine Menge lernen, denn unser... Rüdiger! Gut, Rüdiger! Liebe Hidderschaft, schön, dass ihr wieder da seid. Es ist Montag und Montags gibt es ein Draches Meinung. Und heute zum Thema Kugelschreiber. Und da bin ich wirklich gespannt. Und vor allem gespannt, weil das Video, die Vorlage, inklusive Intro und Outro, schon klar, aber sie dauert 16 Minuten. Und ich bin mal wirklich gespannt, was Reini uns 16 Minuten über Kugelschreiber erzählen wird. 16 Minuten sind verdammt lang. Und gut, klar, man kann viel erzählen über die verschiedenen Bauweisen, über die Geschichte, wofür sie denn eigentlich früher mal gemacht waren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ich würde sagen, wir gehen dann direkt rein. Wir schauen bei Spiegelort 9. Und hören uns direkt das Intro an von Spiegelort 9. Richtig harter Metal, so wie sich das gehört bei Reini. Metal, Leute, salvos und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal Reini, schön, dich mal wieder zu sehen. Wie sieht es denn aus bei dir? Eigentlich wie immer bei diesen Videos. Du sitzt da, hast deinen Pullover an. Den hast du auch schon bei den Videos davor an, glaube ich. Gut, ich kann mir natürlich nicht sicher sein. Ich habe das jetzt anhand des Fleckens auf dem Kragen, beziehungsweise auf diesem Ansatz von der Kapuze an der linken Seite von Reini ausgesehen. Ja, diese Flecken halt, die können schon länger da sein. Ich weiß es natürlich nicht. Dazu kommen natürlich wie immer die Flecken auch auf dem Greenscreen, genauso wie das Öhrchen an der Seite, was so ein bisschen runterhängt. Aber die Haterfliege ist da. Sie sitzt über Reini. Das ist ja schön. Es gibt Besuch, Reini ist nicht alleine. Soziale Kontakte sind richtig und wichtig, Reini. In der letzten Folge haben wir über Handys gesprochen. In dieser Folge geht es um Kugelschreiber. Das heißt, wenn mein Nachbar vorbeigefahren ist. Schön, diese arrogante Art. Ich meine, der Nachbar vielleicht auf dem Weg gerade zur Arbeit, vielleicht auf dem Weg zurück. Es hört sich ein bisschen an wie ein Traktor. Also eine Person, die in der Landwirtschaft tätig ist. Und das kann Reini natürlich nicht akzeptieren. Die Leute haben Pause zu machen, solange wie er arbeitet. Arbeitet. Seine Videos aufnimmt. Ein wunderbarer, arroganter Gesichtsausdruck auch dabei. Herrlich. So muss das sein. Reini, das Video läuft ein paar Sekunden. Vielleicht fängst du einfach nochmal von vorne an, wenn es dich stört. Wäre kein großer Aufwand. Macht jeder. Also wenn man erst seit 20 Sekunden dabei ist, einfach neu starten. Das ist gar kein Problem. Vertraue mir. Altes Löschen merkt kein Mensch. In der Folge geht es um Kugelschreiber. Die Sache ist bei Kugelschreibern die. Erstmal in der Schule durften wir nie mit Kugelschreibern. Kugelschreiber schreiben. Erst in den älteren Klassen, als wir dann in der 8., 9., 10. waren, durften wir erst mit Kugelschreibern schreiben. Und ich habe mich immer gefragt, wieso? Unsere Lehrer haben damals gesagt, ja, damit die Stifthaltung besser ist. Aber eine Stifthaltung ist doch bei mir jetzt genauso wie beim Kugelschreiber, bei einem Eddinger oder sonst was. Reini, man soll auch eine individuelle Schrift entwickeln. Und das Ganze soll auch lesbar und vernünftig aussehen. Und ich weiß ja, wie deine Schrift aussieht. Sie ist weder gut lesbar. Ja gut, sie ist sehr individuell. Individuell. Ja, das macht es aber jetzt nicht sonderlich gut, wie es bei dir ausgeprägt ist. Hättest du vielleicht mal ein bisschen mehr auf deine Lehrer gehört, wenn sie gesagt haben, bitte erstmal mit dem Füller machen. Nicht direkt rumnörgeln, sondern einfach das akzeptieren, was die Lehrer sagen. Sie wissen es eventuell besser. Aber das ist schwierig bei einem Narzissten. Ich weiß. Ich meine, ich halte den Kugelschreiber genauso, wie ich auch einen anderen Stift halten würde. Unten einen Finger und oben zwei Finger. Ach man. Muss das immer sein, wenn ich am Aufnehmen bin? Was ist los, Reini? Ist jetzt nicht nur dein Nachbar auf Tour, die Haterfliege sitzt hinter dir. Und es sind auch noch Hater auf der Straße. Es darf ja nicht wahr sein. Es ist wirklich überraschend, weil wir hatten das in, glaube ich, noch keine Aufnahme, dass du behauptet hast, dass Hater da sind. Ob das wirklich stimmt, wissen wir nicht. Aber du hast es jedes Mal gesagt. Also du hast angefangen und nach circa 30 Sekunden bis einer Minute hast du gesagt, ach, jetzt auf einmal sind Hater da. Ganz komisch. Also ein böser Mensch, beziehungsweise einer, der dir vor allem Böses möchte, würde vielleicht die Unterstellung ausdrücken, dass da überhaupt keiner ist, sondern dass du immer nur erzählst, die bösen Haters. Ach, eine Sekunde. Das ist das, was ich meine. Mach mal weniger über die Hater. Ja, mach das doch mal. Also wenn du das meinst, beziehungsweise die Haterstimmen in deinem Kopf, ja, ignorier die Menschen auf der Straße. Lass sie da einfach sein. Lass sie da Fahrrad fahren. Lass sie da mit ihren Hunden spazieren gehen. Lass sie da auch vor allem arbeiten. Ich meine, du bist jetzt nicht unbedingt ein Teil der Gesellschaft, aber lass sie das doch einfach sein. Versuche ich ja. Geht aber nicht, wenn die die ganze Zeit von meiner Haustür umgammeln. Und ich muss mir das ja auch aufschreiben. Ich könnte es natürlich rausschneiden, aber das ist mir ehrlich gesagt viel zu viel Arbeit auf Dauer, weil ich sehe das nicht ein. Ja, gut. Das ist wenigstens mehr ehrlich. Er sieht das nicht ein. Warum auch irgendwas Hochwertiges an seinem Content machen. Man kann es einfach auch hinwerfen. Die Drachis werden schon irgendwie fressen. Das wird schon irgendwie passen am Ende. Video dauerte jetzt anderthalb Minuten im Original. Ja, darin hatten wir einmal den Traktor, der vorbeifährt. Da, woran die dann einfach mal eine Pause eingelegt hat. Und jetzt notiert er mitten im Video, dass irgendwelche Leute entweder auf der Straße stehen oder da lang gehen. Ich weiß es ja nicht. Das muss anscheinend sein. Anders geht es nicht. Aber mir ist jetzt auch klar, warum das Video so lang ist. Es geht also gar nicht um Kugelschreiber. Es geht hauptsächlich wahrscheinlich um Haters. So, männlich, circa... Wie spät ist es denn? 13 Uhr... Wir haben 13.08 Uhr am Freitag, Alter. Normalerweise, normalerweise arbeiten darf. Reini, fällt dir irgendwas auf? So zum Thema normale Leute? Kleiner Wink mit dem Zaunpfahl? Verstehst du ihn aber selber leider nicht? Das ist schade. Siehe mich. Ja, Reini, das meinte ich ja gerade. Wie wärst du mal mit Arbeiten? Wär schön. Ich meine, deine Videos über das Zeug, was bei dir auf dem Schreibtisch rumliegt, willst du ja jetzt hoffentlich nicht als Arbeit bezeichnen, oder? Okay. Na, sogar ich arbeite um die Uhrzeit, aber die Hater... Ja, was machst du denn? Also, ich wär jetzt überrascht, weil du arbeitest seit 8 Jahren nicht wirklich. Na ja. Gut, Leute. Ähm, Kugelschreiber. Zunächst mal, warum heißen Kugelschreiber Kugelschreiber? Das ist im Prinzip ganz einfach. Äh, die haben eine Mine, in dessen Spitze... Sieht man das jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Genau, in dessen Mitte ist eine Kugel. So. Also, an der Spitze vorne ist eine Kugel. Diese Kugel dreht sich, während man schreibt. Und, äh, die Tinte, die in der Mine... Also, ne? Wir sind jetzt im Inneren. Hier, das hier ist die Mine. Logischerweise. Und die hier ist innenhohe und ist damit gefüllt. Ähm, die ist damit gefüllt. Also, mit der, mit der... Die ist damit gefüllt mit der Tinte. So. Und beim Schreiben bewegt sich die Kugel und rollt sich, während die Tinte von innen auf die Kugel drückt, was wiederum dafür sorgt, dass die Kugel, wenn sie sich dreht, Tinte mit nach außen nimmt und dann gleichzeitig halt die Tinte aufs Blatt Papier nimmt. Ein sehr interessantes Schreibwerkzeug eigentlich und eigentlich ein Wunder der Technik, wenn man so drüber nachdenkt. Und wer auf die Idee gekommen ist, sowas zu machen, finde ich auch ziemlich cool. Ja, Reini, das ist wie immer. Wenn man sich vorbereiten würde für diese Videos, dann würde man das rausbekommen. Was dahinter steckte, warum es sich durchgesetzt hat, man würde vielleicht im Internet recherchieren und würde dann nachlesen, dass es halt entwickelt wurde für die Besatzung von Flugzeugen. Weil man damit halt wesentlich leichter schreiben konnte, ohne dass man überall mit Tinte kleckert, im Vergleich zu Füllfederhaltern. Und man hat halt den Vorteil gegenüber Bleistriften, dass es deutlicher lesbar ist und auch länger lesbar ist. Und es gibt Kugelschreiber ja in allen erdenklichen Farben und Formen. Ich hole euch mal kurz ein paar raus hier. Habe ich aktuell bloß drei Kugelschreiber im Rechner? Egal. So. Ja. Ich habe erstmal so einen Kugelschreiber. Das ist eigentlich so der klassische Kugelschreiber. Er hat vorne etwas zum Anhängen für die Tasche. Reini, ist das nicht eher hinten beim Kugelschreiber? Ich dachte immer, vorne wäre die Spitze. Aber erzähl du ruhig weiter. Du bist der Experte. Du bist der Profi-YouTube-Content-Creator. Ich lasse dich erzählen. Und er hat, naja, das war eigentlich im Prinzip schon alles. Er hat halt den Druckknopf. Es gibt aber auch welche, die man drehen muss. Die mag ich persönlich zum Beispiel nicht. Solche habe ich jetzt keine da. Warum? Wo ist das Problem? Also ich muss immer sagen, mir ist das komplett egal. Ich meine, es gibt auch Kugelschreiber, die haben so komplizierte Funktionen. Das ist mehr Spielerei als alles andere. Um da irgendwie die Mine vorne rauszudrücken. Warum auch immer. Aber ob man sie jetzt dreht oder ob man hinten drauf drückt, ist doch eigentlich Wumpe. Oder ist das eher so ein bisschen komplizierter? Ist das, wie schnürriemen für die Kinder, die halt, ja, motorisch normale Fähigkeiten haben und Klettverschluss für die, bei denen es halt nicht so ist. Keine Ahnung. Dann habe ich einen solchen Kugelschreiber. Das ist eigentlich auch so ein klassischer Kugelschreiber mit so einer Metallsache, mit so einem Metallbügel vorne dran. Hat auch einen Druckknopf. Meine Güte, wie er das da präsentiert. Als wenn noch kein Zuschauer jemals in seinem Leben einen Kugelschreiber gesehen hätte. Es ist fantastisch. Wie er das wirklich demonstriert und beschreibt. Reini, wir alle wissen, wie ein Kugelschreiber aussieht. Kannst du dir das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja. Sieht ein bisschen anders aus von der Form oben. Und dann haben wir noch das hier. Da ist normalerweise so ein Plastik vorne herunter. Das bricht aber bei mir irgendwie immer ab, wie man hier sieht. Ja, warum nur? Warum bricht irgendwas ab bei dir? Also wir haben deine Taschenlampe gesehen, die so aussah, als ob du die irgendwo gegengeschlagen hast. Wir haben deine Fernbedienung gesehen, wo vorne ein Stück fehlte und wo du auch gesagt hast, dass sie öfters mal durchbrechen bei dir. Und du hast noch irgendwelche anderen Gerätschaften gehabt, wo du gesagt hast, ja, sie fliegen auch schon mal gegen die Wand oder aus Versehen aus dem Fenster. Und komischerweise ist auch hier irgendwas bei dir abgebrochen. Hm, merkwürdig. Apropos merkwürdig. Warum erscheinst du gerade so ein bisschen blau? Und wo guckst du gerade hin? Das ist auch etwas skurril. Weswegen ich es letzten Endes so mache, dass ich das Ding mache. Außerdem, er macht das Ding. Ja, okay. Reini, mach dein Ding, mach Ding, wie auch immer, passt schon. Ich frag mich aber wirklich, er guckt manchmal nach rechts, wenn er erzählt, es sind Hater da, und er guckt manchmal nach oben. Hat er da überall Displays, wo irgendwelche Kameras, die Videos von draußen angezeigt werden? Ich weiß es nicht. Oder kann er da aus dem Fenster gucken und sieht die dann? Keine Ahnung. Ist bei dem Stift hier das Problem, wenn ich da drücke, kommen die vorne raus, aber wenn ich loslasse, da passiert nichts. Ja doch, Reini, da passiert was. Die Mine fährt wieder zurück. Ja, wahrscheinlich hast du nicht nur die Halterung abgebrochen, du hast auch den Rest schon kaputt gespielt. So ist es. Da passiert nichts, weil es die ganze Zeit zurückgeht. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist, ich hab das noch nie nachgeschaut. Zunächst mal sieht man auch hier, als Vergleich von vorhin, die Tinte, die Menge ist anders. Was für eine Menge? Das ist eine Mine. Wolltest du sagen, die ist jetzt dicker, hat einen größeren Durchmesser und deswegen passt er wahrscheinlich mehr Tinte rein? Ich hab keine Ahnung. Also die ist viel dicker vorne. Aha. Na toll. Jetzt ist die Feder runtergefallen. Nicht so wie... Damit ist sie leider irgendwo in einem Müllberg verschwunden und für immer und ewig weg. Sie wird dann noch liegen, wenn irgendwann die Schanze ausgemistet wird und die Schanze danach abgerissen wird. Ja, schade. Und ja, so ist es halt mit Sachen von Reini. Die funktionieren und dann funktionieren sie für immer nicht mehr. Richtig, der ist eh kaputt. Ähm, ich schmeiß den auch gleich weg. Ja, und dann gibt's wie gesagt da doch... Und jetzt fragen wir uns alle, wo Reini gerade diesen Stift hingeworfen hat. Ob es ein Mülleimer war oder irgendwo, ob er ihn auf die Ecke gelegt hat von seinem Schreibtisch, damit er sie, diesen Kugelschreiber, diesen Defekten mitnehmen kann, wenn er das nächste Mal bis zu einem Mülleimer geht. Oder wird er ihn einfach irgendwo in die Ecke gefeffert haben? Hm. Wir werden es nie erfahren. Welche, die man drehen kann, dann gibt's noch welche... Die Feder hebe ich später auf. Dann gibt's noch welche, die man, äh... Welche, die man drehen kann, dann gibt's welche, die man an der Seite drücken muss. Ich hab schon so viele verschiedene Kugelschreiber gesehen, die kann ich euch gar nicht alle aufzählen. Ähm, das Interessante an Kugelschreibern ist, dass sie im Normalfall immer blau schreiben. Aber es gibt dann halt auch so spezielle Kugelschreiber, die zum Beispiel... Das ist das Interessante an Kugelschreibern, dass sie blau schreiben? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das interessant ist. Aber gut, für dich anscheinend schon. Beispiel viel verschiedene Farben haben. Dann kann man dann oben drehen und dann kann man andere Farben machen. Oder man drückt alle Knöpfe gleichzeitig und hat dann irgendwie sieben Farben oder so. Das ist voll übel. Ja, es ist richtig übel. Wenn man vier Minen hat, man drückt die alle gleichzeitig runter. Ich glaube nicht, dass sie an alle unten rauspassen würden. Aber vor allem, wenn man bei vier Minen sieben Farben hat. Also, um das hinzukriegen, muss man schon, glaube ich, ein ganz, ganz besonderer Mensch sein. Ist zumindest meine Meinung. Ähm. Ach, ich weiß auch nicht. Ich auch nicht. Bin völlig überfordert, wie das gehen soll. Das sind zahl die kranken Sachen, die man heutzutage mit Kugelschreiben und alles machen kann. Ja, Reini, da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Ich habe es ja in meinem Thumbnail, glaube ich, schon dargestellt, was ich mir halt vorstellen kann, warum ich niemals Kugelschreiber in deinem Haus anfassen würde. Ähm. Vor allem müsst ihr mal überlegen, wie viele belanglose Sachen oder alltägliche Sachen habe ich bereits für euch veröffentlicht und Sachen gemacht, wo ich darüber rede. Und ich finde immer Möglichkeiten, zwischen acht und zehn Minuten über Sachen zu sprechen, die für die meisten Menschen irgendwie alltäglich sind und normal sind. So. Ja, Reini, jetzt hast du zehn Sekunden nicht über Kugelschreiber gesprochen, sondern über die Themen und dass du so ein toller Redner bist. Und vorhin hast du drei Minuten über Hater gesprochen. Und eigentlich hast du in jedem Video 50 Prozent der Zeit über Hater gesprochen. Und außerdem hast du noch eine zehnsekündige Pause eingelegt, weil ein Traktor vorbeigefahren ist und du keinen Bock hattest, das rauszusteigen. Und wahrscheinlich, weil du auch denkst, das wäre Content. Ähm. Ich persönlich schreibe übrigens äußerst ungern mit Kugelschreibern bis heute. Ich habe zwar welche da und ich benutze sie auch, aber tatsächlich bevorzuge ich meistens Fülle. Tatsächlich Fülle, da habe ich jetzt keinen hier gerade, aber ich bevorzuge Fülle oder Fineliner. Bei Fineliner ist es ja im Prinzip schon wieder eine ähnliche Aktion. Es ist eine ähnliche Aktion, wovon er redet. Ich weiß es nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Reini mit einem Füller schreibt. Also ohne Witz, man muss ja ein bisschen feinmotorisch sein. Ich stelle mir ein, also wenn Reini dauerhaft mit Füllern schreiben würde, komischerweise ist ja keiner da, würde er andauernd blaue Finger haben und alles wäre vollgekleckert. Bin ich mir absolut sicher. Und es wäre wahrscheinlich auch zu teilen schon ein Blue Screen hinter ihm. Fineliner vorne direkt die blaue oder die grüne in dem Fall Spitze haben und die beim Schreiben, ja, man kann nicht so aufdrücken wie zum Beispiel mit einem Kuli und man hat keinen Druckknopf oder so, weil es ist wie im Prinzip auch ein Filzstift, hat vor allem eine Kappe. Ja, ist der Wahnsinn. Es ist wie ein Filzstift. Könnte natürlich daran liegen, dass es irgendwo Filzstifte sind, nur halt mit einer dünnen Spitze. Aber über Feinleiter sprechen wir irgendwann anders mal. Was ich auch gerne benutze zum Schreiben ist das hier. Das ist ein Edding. Hat auch eine Kappe vorne, hat vorne eine Spitze, aber dieser Stift ist halt unfassbar, erstens mal, er liegt unglaublich schön in der Hand, weil er ist rund, er ist nicht schwer, man kann ihn wirklich schön benutzen. Es ist ein Stift, die meisten Stifte sind irgendwie rundlich und nicht allzu schwer. Woraus sollen die denn sein? Aus Blei? Und es wäre auch mal schön, wenn du den Unterschied zwischen einem Edding und einem Feinleiter und einem Filzstift erklären würdest, weil ich glaube, den verstehst du auch nicht so ganz. Und die Kante vorne ist abgerundet. Das heißt, wenn man den vorne hält, möglichst weit vorne, ist es immer noch so, dass man ihn wirklich schön in der Hand hat. Beim 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 Feinleiter zum Beispiel ist es so, dass man hier so eine richtige Kante hat und das ist immer unangenehm, wenn man den zu weit vorne hat zum Schreiben. Ja, dann lass das doch. So. Soviel erstmal zu anderen Stiften. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal, das Thema. und Kulis sind halt so eine Sache. Zunächst mal, ich mag keine Kuli mit Metall vorne. Was ich mag, sind die hier, wo das komplette Teil daraus besteht, wenn man runter drückt. Also wenn man den komplette Teil runter drückt. Weil dann passiert auch was, wenn man dran spielt. Das bringt nämlich dann wahrscheinlich leichter ab. Deswegen mag er das. Aber er mag keine Kugelschreiber mit dieser Metallhalterung. So wie er auch keine Burger mag. Und keine Schokolade. Es sei denn, es sind Cheeseburger und weiße Schokolade. Aber auch andere Burger und andere Schokolade. Außerdem mag ich auch diese Kugelschreiber nicht, die an verschiedenen Farben hängen. Kugelschreiber, die an verschiedenen Farben hängen. Reini, das musst du mir jetzt nochmal im Detail erklären. Ich bin das diese Stifte jetzt mit mehreren Minen drin, mit vier verschiedenen Farben, aber die hängen irgendwie nicht an ihren Farben. Mach ruhig weiter. Wenn man quasi verschiedene, können die sich jetzt mal verpissen? Ich versuche jetzt zu arbeiten. Guter Witz, Reini. Aber ich muss auch sagen, den kannte ich schon, aber ich kann jedes Mal wieder drüber lachen. Wenn man zum Beispiel mal versucht den Farben verloren. Ja gut, das ist klar. Wenn du gleichzeitig versuchst, ein Video aufzunehmen und dabei zu arbeiten, das ist natürlich auch anspruchsvoll. Da muss man ein bisschen multitaskingfähig sein und wissen, dass es noch härtere Arbeit ist. Egal. Also ich mag keine Kugelschreiber im Normalfall. Der hier ist jetzt zum Beispiel einer mal. Er mag keine Kugelschreiber im Normalfall. Was ist denn jetzt schon wieder das Problem? Hast du nicht gerade gesagt, du schreibst doch gerne irgendwie mit den Dingen? Außer die haben eine Metallhalterung. Okay. Und wenn da keine harten Kanten dran sind, weil die ja so böse an den Fingern machen, wenn man sie vorne hält. Ein Lieblingskugelschreiber, weil er auch vorne schön schmal wird. Ach, ein Lieblings. Was ja alles drin vorkommt. Dinge, die er nicht mag und Lieblings auch noch. Es ist toll. Ich habe ihn gefangen. Weil er vorne schön schmal wird und man damit wirklich schön schreiben kann. Was ich aber nicht mag, ist generell, dass Kugelschreiber irgendwie immer so schnell die Farbe ausgeht. Man kann natürlich die Mengen innen nachfüllen. Man kann sich Ersatzminen holen. Aber das hier zum Beispiel ist von einem Event oder von einer Convention. Man sieht ja, das ist ein Galois-Stift. Also sprich, meine Zigarettenmarke, die ich immer rauche. Und das zeigt halt schon, das ist etwas, was man nicht immer irgendwo herkriegt. Und ich finde auch die Form und so weiter ziemlich praktisch. Das ist etwas, was man nicht irgendwo herbekommt. Das ist ein Mensch, der eine Amazon-Battle-Liste hat. Ich würde behaupten, wenn man sich anschaut, was da denn für eine Mine drin ist, könnte man auch nach dem Typen davon auf Amazon suchen und könnte das dann auf diese Battle-Liste setzen. Das ist natürlich der moralisch fragwürdige Weg. Man könnte auch einfach zum nächsten Schreibwarenladen laufen oder wahrscheinlich auch zum Rewe. Da gibt es die wahrscheinlich auch, wenn das irgendwie ein gängiger Typ ist. Und dann hätte man dafür Ersatz. Das ist gar nicht so schwierig. Kugelschreiber, würden jetzt viele sagen, ein Kugelschreiber ist ein Kugelschreiber. Und wenn ich mir den Typen hier anschaue, das ist jetzt so die klassische Variante des Kugelschreibers mit dieser Metall-Dinger in der Mitte, wo man aufschrauben kann und so weiter und so fort. Aber mir persönlich gefallen die nicht. Erstens mal sind die dünner. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt sieht. Der Kugelschreiber hier ist dicker als der hier. Und ich finde, der liegt unbequemer in der Hand. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich vermute mal, die Leute, die das am meisten nachvollziehen können, wie Stifte in der Hand liegen, das könnte ich mir vorstellen, das sind bestimmt Leute, die zum Beispiel zeichnen. Ich persönlich zeichne ja nicht. Ich zeichne total die Null. Aber ich zeichne schon ab und zu mal, aber eher Silden. Reini, glaubst du, dass Menschen, die beruflich oder privat zeichnen, das aber, sag ich mal, schon sehr exzessiv machen, irgendwelche Werbegeschenk-Kugelschreiber dafür benutzen? Glaubst du nicht, dass die dafür irgendwie entweder Bleistifte nehmen oder halt etwas hochwertigere Stifte halt nicht so ein Gammel, wenn das wirklich, ja, ich meine, es wäre blöd, also Menschen, die das wirklich mit ihrer Arbeit in Verbindung bringen, weil Arbeit und mehr, kannst du natürlich nicht wirklich zuordnen. Denk mal drüber nach, Reini. Die werden keinen Goloa-Kugelschreiber nehmen. Ich könnte mir vorstellen, Leute, die zum Beispiel zeichnen, können sich das besser vorstellen und können besser nachvollziehen, warum ich sage, der hier liegt mir besser in der Hand oder besser gesagt, für mich persönlich ist dieser Stift besser, weil er eben besser in der Hand liegt. Und ich finde, Reini, ich kann mir auch einfach deine Finger angucken und sagen, ja, das passt doch irgendwie besser zu den Proportionen davon. Ja, gut, es fällt irgendwie das Wort Wurstfinger ein, aber naja, egal. Ich finde das persönlich auch viel geiler, als wenn man die ganze Zeit hergeht und, keine Ahnung, eine Schrift hat, vor allem, wenn man längere Zeichnungen macht oder wenn man länger was schreibt, handschriftlich, ich schreibe ja auch handschriftlich viele Sachen, auch wenn meine Schrift eine Katastrophe ist. Ja, deine Schrift ist ungefähr so elegant wie deine Gesichtskirmes. Das ist schon richtig. Es ist so, ich habe lieber einen Stift in der Hand, der bequem in der Hand liegt, als einer, den ich zum Beispiel die ganze Zeit, wenn ich merke, dass ich den in der Hand habe. Das gefällt mir nicht. Bei dem hier spüre ich die ganze Zeit, ich habe den Stift in der Hand. Bei dem hier weniger. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wie gesagt, das kann wahrscheinlich jemand, der zeichnet, nachvollziehen. Jemand, der nicht zeichnet, kann ich vermutlich nicht so leicht nachvollziehen, weil er nicht so viele Stifte in der Hand hat. Falls irgendjemand beruflich zeichnet oder privat oder was auch immer, der dieses Video gerade anschaut, könnt ihr irgendwas von dem nachvollziehen, was Reini gerade erzählt? Von seiner komischen Arbeit oder sonst irgendwas? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Darüber hinaus, wie gesagt, Kugelschreiber sind zwar praktisch, aber wie gesagt, in der Schule wurde uns erklärt, ihr solltet nicht mit Kugelschreiber, oder solltet ihr wirklich wenig mit Kugelschreiber schreiben, weil Kugelschreiber, erstens mal konnte man Kugelschreiber nicht löschen. Tintenkiller konnte man nur bei Füller benutzen. Wobei ich auch sagen muss, bei Füllern bin ich noch viel eigener. Also man muss auch bei Füllern kann man das auch benutzen, so. Und Reini, von was redest du? A, hast du das am Anfang schon mal erzählt mit der Schule, dass man da keine Kugelschreiber benutzen dürfte? Und B, auf was willst du jetzt hinaus? Also dein Blick sagt gerade alles. Du hast keine Ahnung, was du noch erzählen sollst und redest einfach wirres Zeug. Ja, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Tinten, ich mag halt das Gefühl von den meisten nicht in der Hand. Ich weiß, ich komme immer wieder darauf zurück, aber da merkt man eigentlich auch daran, wie wichtig mir das ist beziehungsweise wie nervig mich das Thema macht, weil ich schreibe relativ viel mit der Hand. Ich schreibe auch relativ viel am Computer, aber ich schreibe auch viel mit der Hand. Und ab und zu zeichne ich auch mal. Und da ist zum Beispiel ein Stift, der halt absolut null in der Hand liegt, einfach auch absolut scheiße. Ja, Reini, und wenn du halt gerne zeichnst, hättet ihr vielleicht auch mal auffallen soll, dass ein Kugelschreiber vielleicht auch gar nicht optimal dafür ist, aber naja. Ich mag diese einfachen Kugelschreiber halt auch nicht, die haben teilweise echt komische kratzige Minen drin. Ich habe mir einfach mal irgendwann einen vernünftigen gekauft, der war dann auch mal ein bisschen teurer. Wenn da die Mine leer ist, kaufe ich auch einfach eine neue dafür, Reini, gibt es im Schreibwarenhandel. Ja, und damit bin ich ziemlich zufrieden. Was ich übrigens hier jetzt noch kurz anmerken muss, ich habe jetzt keinen davon da, weil ich die nicht mag. Ich habe davon, ich habe glaube ich, einen habe ich glaube ich noch irgendwo mal rumfliegen gehabt. Ja, Reini, und wo ist der jetzt? Möchtest du nicht mal aufräumen und den suchen? Ja, ist ein Scherz. Das halbe Jahr wird es doch nicht Zeit haben. Dieses Format, dieses Design mit einem Bleistift. Grausam. Grausam. Was anderes fällt mir dazu nicht ein, das ist grausam. Viele mögen diese Sachen, weil sie sehr filigrane Schriften damit machen können, weil mit Bleistift oder auch zum Zeichnen habe ich das schon gesehen, dass das manche Leute machen, aber ich persönlich hasse Kugelschreiber mit einer Bleistiftmine. Was? Meint er jetzt Druckbleistifte? Kugelschreiber mit einer Bleistiftmine? Reini, das kann auch nicht funktionieren. Also, der Inhalt des Kugelschreibers, also die Tinte sollte flüssig sein und nicht aus Grafit bestehen, aber das erzähle ich auch. Also, wenn ich mir gerade auch das Gesicht von Reini anschaue, er wirkt überfordert, geradezu traurig, fast schon orientierungslos, erzählt von einem Kugelschreiber mit einer Bleistiftmine. Ja, Reini, wenn du Trost brauchst, würde ich ja sagen, geh zu einem Familienmitglied oder zu einem guten Freund, aber naja, du weißt ja, wie deine Situation ist. Erstens mal ist es unfassbar nervig, die alle wieder aufzufüllen, meistens, wobei ich habe schon solche und solche gesehen. und zum anderen ist es einfach nervig, weil ich mag diese Teile nicht, die sind unbequem. Okay, er meint Druckbleistifte. Reini, wenn man natürlich ein absoluter Grobmotoriker ist und es nicht mal schafft, diese kleinen Stäbchen hinten reinzufüllen, ohne dass die alle abbrechen. Ich meine, ich weiß, wie du Nudeln kochst. Wahrscheinlich kommt da auch mehr Staub rein, als dass die Teile noch eine Länge haben. und dann darf man natürlich auch nicht wie der letzte Oger drücken, wenn man damit schreiben oder zeichnen möchte. Und ich kann es mir ja irgendwie gut vorstellen, dass die Spitze alle drei Sekunden abbricht. Die haben im Prinzip auch so diese Formen wie das hier, sind nicht ganz so dick, sind nicht ganz so dünn, aber die liegen sind nicht ganz so dick, sind nicht ganz so dünn. Also, Reini, mach einfach. Eine unangenehme in der Hand. Ich mag die nicht. Dann nehme ich lieber einen Bleistift. Übrigens, ich habe jetzt keinen Bleistift hier, glaube ich. Nein. Ich mag bei Bleistiften übrigens, welche mit Dreiecken. Kennt ihr? Wisst ihr, was ich meine? Also, welche, die quasi so ein Dreieck sind. Weil ich die auch am besten halten kann. Da könnte man jetzt sagen, ja, das ist zu viel besonders schön, aber das ist zu schlicht. Es ist herrlich. Also, was die Stimme in seinem Kopf sagt, ist einfach klasse. Ich weiß nicht, diese Dreieckigen ist das Lamy. Gut, kein Plan, ob Lamy welche herstellt. Ich habe mal in meiner großen Schublade mit den Stiften gewühlt, an meinem Schreibtisch. Es gibt sie auf jeden Fall in Grau von Faber-Castell. Weil ich diesen Griff hier benutze. Ja, ich habe einen Finger links, einen Finger rechts und einen Finger unten. Und deswegen finde ich auch runde Stifte nicht so angenehm, außer sie haben eine bestimmte Dicke, weil es letzten Endes so ist. Man sieht auch übrigens, wie sicher ich mit dem Stift bin, ne? Ja, wie willst du mir jetzt sagen? Warst du sechs Jahre lang im Stift-Jonglier-Verein oder hat Rudi dir das schon mit vier Jahren im Wald gezeigt, wie man einen Stift benutzt? Es ist unfassbar, Reini. Du bist echt ein ganz, ganz besonderer Mensch. Du kannst einen Stift halten. Es ist einfach toll. Ich halte ihn die ganze Zeit so hier, so ganz dünn, mit nur zwei Fingern. Egal. Mein Gott. Also er glaubt echt, er kann alles toll. Er müsste für alles schon längst eine Auszeichnung bekommen haben. Ich rufe gleich mal den Bundespräsidenten an, ob Herr Steinmeier dir nicht das Bundesverdienstkreuz für deine tollen Fähigkeiten verleihen möchte. Ähm. Ja, wie sicher bin ich mit dem Stift vor der Angeber, Alter. Als ob andere Leute nicht so sicher mit dem Stift sind. Wie auch immer. Ja, schön, dass du selber noch gemerkt hast, wie furchtbar albern und zum Fremdschämen das gerade war. Ich weiß, es ist so, äh, umso, umso dicker der Stift, umso unangenehmer die Dinge und umso dünner der Stift, umso unangenehmer. Aber wenn er genau die Richtige hat, desto dicker, desto unangenehmer, desto dünner, desto unangenehmer oder Ding. Wer weiß. ...dicke hat und vor allem dann auch noch die richtige Form. Ich zum Beispiel schreibe am liebsten bei Kugelschreibern so, dass das hier oben ist. Ich habe auch schon Leute gesehen, die schreiben so. Finde ich unangenehm, weil dann habe ich jedes Mal das Teil hier an meinem Finger und das mag ich nicht. Sieht man das irgendwie? Ja. Und das mag ich nicht. Deswegen schreibe ich immer am liebsten so. Deswegen mag ich auch die Teile hier nicht. Wenn ich die nämlich in der Hand habe, dann habe ich dieses Metall da die ganze Zeit so. Und deswegen schreibe ich lieber so. Aber auch das ist unangenehm. Hast du schon mal geweint wegen dem Metall, wenn das so unangenehm ist und deinen Finger berührt? Und ich würde es gerne wirklich wissen. So. Und wie gesagt, bei Kugelschreibern bevorzuge ich die, die diese Dreiecksform haben. Dann kann ich links und rechts meinen Finger auflegen und unten drunter noch den Finger. Und dann kann ich sogar ein bisschen aufdrücken, weil, naja, ich habe ja die Kante. Und das ist ein bisschen angenehmer. Es gibt aber natürlich auch Stifthalterungen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, er hätte auch gerne so eine Dreiecksform, dann kann man sich so ein Gummiteil besorgen. Dann kann man sich so ein Gummiteil besorgen, was die Hand angenehmer hält. Das haben vor allem Grundschüler oft. Aber das sind dann meistens nochmal Special-Dinger, die sind auch größer. Dann können die Kinder das mit ihren kleinen Händen besser halten. Keine Ahnung. Habe ich noch nie gesehen. Irgendwas, was die Hand hält. Reinig, kein Plan. Ich weiß nicht. In meiner Schulzeit gab es irgendwelche Füller, die waren halt ein bisschen dicker. Die waren wahrscheinlich für kleine rotmotorische Kinder im Kindergarten, die gerade angefangen haben zu schreiben. Kein Plan. Ich habe in der Schulzeit auch ein paar von diesen Dingern gehabt, aber ich fand die so unangenehm. Die haben mir nicht gefallen. Ich habe die mir kaputt gemacht. Es ist echt der Hammer. Was kriegst du denn nicht kaputt? Ich habe ein paar von den Dingern gehabt. Ich kann mir das gut vorstellen. Wenn Rainer wieder nach Hause kam und dann Rudi wieder erzählt hat, dass er wieder alles, was wieder gekauft wurde in der Woche an Schreibutensilien wieder zerstört hat. Bleistifte zerbrochen, Druckbleistifte mussten andauernd nachgefüllt werden, weil wahrscheinlich Rainer die ganzen Minen zerbröselt hat. Halterungen und Stifte generell auch alle im Eimer. Ja, Rainer. Gute Leistung. Da kann man schon mal grinsen. Ähm. Ja, es regnen wie aus Eimer und die Hater steht von meinem Haus. Es wird eigentlich Zeit, dass ich rausgehe und sie auslache. Ja, Rainer, mach das. Zeit, dass du rausgehst. Kleiner Tipp, wenn du rausgehst, stehst du wahrscheinlich auch irgendwo im Regen und B, es gibt sowas wie Jacken und Regenschirme. Sowas schützt vor Regen. Ich meine, ich möchte ja auch, dass man was lernt bei meinen Videos. Ihr kennt das ja. und Rainer, ja, es gibt Jacken. Na gut. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen. Ich habe jetzt tatsächlich 14 Minuten über Kugelschreiber gelabert. Nein, wie gesagt, hast du nicht. Du hast eine Pause gemacht, als ein Traktor da lang fuhr. Dann hast du irgendwas von den Hatern erzählt. Dann hast du zwischendrin irgendwas von Filzstiften erzählt. Nein, du hast nicht 14 Minuten über Kugelschreiber geredet. Und du wiederholst dich ab und zu mal. Ähm, ja, meine Meinung zu Kugelschreibern. Schreibt mal eure gerne in die Kommentare. Ich werde schauen, ob ich die Kommentare mal lese. Er wird mal schauen, ob er die Kommentare liest. Das ist auch Fanmanagement erster Güte. Ich, guck mal, ich schreibe dir was in die Kommentare. Ach, verdammt, da war ja was. Der Kanal wurde ja leider weggemittelt. Ach, schade aber auch. Ich versuche mich momentan zu bessern. Und wir sind dann hoch. Ja, der Versuch ist gescheitert. Also, ich weiß es nicht, ob du das speziell auf deine Kommentare bezogen hast oder auf deinen Lebensstil. um deinen Umgang mit Frauen ging oder... Nein, du hast dich nirgendwo gebessert. Es ist alles furchtbar. hoffentlich in der nächsten Folge, beim nächsten Video, in der nächsten Geschichte, beim nächsten Stream und so weiter. Was wir als nächstes machen, was nehmen wir als nächstes? Das hier. Bäh. Aber es ist nicht das, wonach es aussieht. Wonach sieht es aus? Nach einem Aschenbecher. Ich benutze es aber nicht als solchen. Danke. Es sieht aus wie ein Aschenbecher. Anscheinend ist es auch ein Aschenbecher, aber er benutzt den nicht als solchen. Also geht es nicht um Aschenbecher oder wie? Reine überfordert mich mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Haut rein, euer Drache und ciao. Ja, ciao Reini. Ewiges Gerede über Stifte. Sehr Wahnsinn. Was ich alles ertrage. Ich bin von mir selber erstaunt. Ich hoffe, ihr habt es auch alle gut überstanden. Wir sind durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst gerne einen Daumen hoch da. Ihr könnt auch gerne ein Abo abschließen. Es gibt noch viele weitere Videos. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar schreiben. Vielleicht fange ich auch an, sie zu lesen. Wer weiß. Und falls ihr bei meinem ganzen Geschwafel schon vergessen habt, woher ihr eigentlich seid. Du heißt wie erst Rüdiger? Heißt du? Genau. Ihr seid beim Rüdiger. Rüdiger.